Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und Theo mit dabei. Ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, werden wir uns auch mal wieder um unsere Felder kümmern müssen. Hier sind es auch alle erntereif, Feld 5 und Feld 4. Da auf den zwei Feldern ist Weizen und Weizen können wir auch erstmal gut gebrauchen für unsere Hühner. Da können wir dann einige Weizen-Big Bags gleich wieder ein bisschen vorbereiten, damit wir auch ein bisschen was stehen haben mal wieder in unserer Halle. Die ist ja momentan auch richtig leer. Ich werde hier den New Holland gleich starten und wir werden dann auch nochmal gleich Milch wegfahren in den Dorfladen. Und während wir das hier wegfahren, lasse ich das dann hier den Helfer erledigen. Wir fangen erstmal hier ein paar Meter selber um und lassen dann einfach den Helfer übernehmen. So, ich glaube, das reicht schon. Dann gucken wir mal hier aus. Und hier habe ich auch schon alles vorbereitet. So ein Abfahrer ist auch gleich da. Also, alles am Start. Wir fahren los. Zu den Dorfladen. Mal die Wandblinker aus. Ja, jetzt klappt das. Ja, bin ich mal gespannt, was wir momentan da für einen Kurs haben. Ich habe auch wirklich jetzt gar nicht so geguckt und bei der Milch möchte ich jetzt auch gar nicht hier so großartig schauen. Oh, 2 kmh. Zu viel. Was haben wir bezahlt? 14 Euro gleich wieder losgeworden. Ja, einmal nicht aufgepasst. Und schon ist man vielleicht wieder geldlos. Ja, ich will auch gar nicht so gucken nach den Milchpreisen, weil momentan haben wir ja genug Milch. Und ja, dann ist es auch so ein, ja, ich würde mal sagen, nicht egal. Aber es spielt jetzt momentan erstmal keine Rolle, ob wir da jetzt 10.000 Euro weniger verdienen. Oder, ja, ich meine, 10.000 ist schon übertrieben. Aber wenn es jetzt nur so 2.000, 3.000 sind, dann überstehen wir das Ganze natürlich auch. So, schauen wir mal. Ja, jetzt ist alles auf hier. Eben war hier alles zu, obwohl es schon, ja, 14 Uhr war. Weiß nicht, was da wieder los war. Irgendein Bug, denke ich mal. So, gehen wir nochmal in die Außenansicht. Sehen wir auch gleich ein bisschen mehr, wie weit wir noch ranfahren müssen. Ja, das war ein bisschen ordentlich hinstellen. Und dann klappt hier auch das Ganze. So. Und dann können wir gleich hier alles abladen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt hier so rauskommt. Was wir hier bei den Dorfladen wieder bekommen für unsere Milch. Auf der Kuhweide müssen wir auch nochmal, da müssen wir auch mal die Milch abholen. Also da sammelt sich die Milch natürlich auch schon richtig. Also wir werden bei den nächsten Folgen öfters mal Milch verkaufen müssen auf jeden Fall. Weil wir ja wirklich so viel Milch haben. Und ja, so viel brauchen wir eigentlich auch nicht. Gut. Ja, es dauert aber hier auch ganz schön lang irgendwie. Ich glaube, das ging auch schon mal irgendwie schneller. Habe ich auf jeden Fall so in Erinnerung. Ja, und wenn ihr das heute natürlich sehen tut, dann bin ich heute auch wieder bei der Physiotherapie. Physiotherapie, wo ich jetzt momentan erst mal dreimal in der Woche hin muss. Oh, 35.183. Das hört sich doch ganz gut an. Und den Preis nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, bei der Physiotherapie, da bin ich ab, ja, Mittwoch um 11 wieder gestellt. Das heißt, ich muss eine halbe Stunde Physiotherapie machen. Und danach eine halbe Stunde quasi mich massieren lassen, so ein bisschen. Also so kupfen, sage ich mal. Das hatte ich euch ja schon mal erzählt. In der letzten Folge. Ja, es wird schon so ein bisschen massiert alles. Nach der Übung natürlich. Um auch alles so ein bisschen locker zu bekommen. Aber, ja. Waren wir mal ein bisschen langsamer. Wir haben es geschafft, nicht, dass wir wieder Geld lossehen. Das wollen wir ja natürlich nicht. Ja, bei der Physiotherapie ist es eigentlich auch ziemlich anstrengend. Also ich hätte das nie so gedacht. Also, ehrlich gesagt, die Übungen, die ich da momentan so alle mache, es ist ja nur einfach nur das Bein bewegen, äh, beziehungsweise den Fuß bewegen. Und bestimmte Bewegungen, also da hat man echt schon gut zu tun. Man kommt sich auch so ein bisschen leicht ins Schwitzen. Also, das hätte ich echt eigentlich so nicht so gedacht. Normalerweise guckt man sich dann so das Ganze so an und sagt so, ja, das bisschen da. Aber, wenn man da echt lange nichts mehr gemacht hat, dann kommt man da echt an Schwitzen. Und natürlich kann ich auch meinen Fuß noch nicht wirklich hundertprozentig richtig bewegen. Ich habe ja noch meine Schrauben drin, die mir dann in den nächsten drei Wochen dann rausgenommen werden. Also das wird auch nochmal ein großer Kraftakt. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und eigentlich freue ich mich auch gar nicht auf die Therapie. warum ich mich da nicht drauf freue. Das ist einfach nur, da ich wieder von ganz oben runter muss, von der vierten Etage. Und dann später wieder hoch muss. Also da kraut es mich ja jetzt schon davor, quasi die Treppen dann wieder mit den Krücken hoch zu gehen. Das ist auch auf jeden Fall ein richtiger Kraftakt. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Also wenn ihr umziehen solltet, auf jeden Fall nicht ganz hoch, so wie ich. Wenn ihr dann natürlich auch noch so eine Verletzung habt, wie ich, habt ihr natürlich auch so ein bisschen die Arschkanne. So, fangen wir mal schnell hoch. Und laden den erstmal ab. Kann ich gleich weitermachen. Hier hat er wieder ein Stückchen vergessen. Das ist natürlich wieder typisch der Helfer. Paren wir dann später nochmal drüber. So, kann man hier eigentlich auch aussteigen und können uns ja hier gleich direkt den nächsten Mähdrescher holen. Nehmen wir dann mal, ja, wie nehmen wir denn? Ach, nehmen wir hier den Messie-Fürriesen. Ja, ist eigentlich auch ganz gut. Und ja, da fällt mir gerade wieder ein, eigentlich hier der kleine John Deere. Ja, wenn wir jetzt eigentlich hier zwei große Mähre erstmal haben, müsste das hier eigentlich reichen. könnten wir ja, wenn du äh, also wenn wir jetzt wirklich dringend Geld brauchen, könnten wir ja dann den John Deere quasi verkaufen. weil da hat ja noch ein, wie nur ein kleines Schneidwerk. Also, viel reist der Abends auch nicht. Und von der PS-Zahl ist das natürlich auch nicht so der allerbeste. So, klappen wir mal hier alles aus. Ja, jetzt klappt das auch. Ja, das nicht. Und dann können wir jetzt auch hier losstarten. Können wir hier das, na, ich glaube, das ist das gleiche Problem wie die Sonne. Ich werde dann immer alles aus. Machen jetzt nochmal an. Ja, das ist manchmal so bei den Feldern hier. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist was nicht hier. Glatt. Jetzt geht's. Das ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen der kleine Bug. So, und der soll natürlich auch die Stroh Ablage einschalten. Das ist mit eingeschaltet. Wollt ihr natürlich auch ein bisschen Stroh einsammeln. Brauchen wir ja auch noch ein bisschen. Machen wir jetzt erstmal hier den älstersten Rand hier. Und lassen das dann vielleicht den Helfer hier erledigen. Ich hoffe, das klappt auch alles so. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier in die Innensicht. Wie weit ist der hier drüben? Gibt man noch nicht so viel. Schauen wir hier nochmal rum. Ich glaube, wenn wir hier einmal drum rum sind, müssen wir auch wieder abladen. Beziehungsweise abtanken das Ganze. Ja, jetzt wieder gut viel Weizen. Wenn wir hier zwei Felder abernten mit Weizen, also da haben wir wirklich genug Weizen für unsere Hühner da. Das sollte auf jeden Fall reichen, wenn wir immer mal zwischendurch reichen. Da reicht sogar eigentlich auch ein Feld, wenn man immer mal ein Feld mit Weizen ansät. Auf jeden Fall für die Hühner reicht das. Ganz locker. So, sind wir gleich hier vorne an der Ecke. Waren wir hier auch nochmal hoch. Drehen wir hier das Ganze gleich. Einmal hier rum. Und weiter geht's. Ja, ich sollte ja dann eigentlich auch der Helfer hier fertig bekommen. Das ist manchmal so ein bisschen komisch bei den Feldern. Aber ich denke mal, wenn wir immer den äußersten ranfahren, dann sind wir eigentlich ganz gut dabei. Da bekommen die Helfer das dann eigentlich schon hin. Schauen wir mal hier drüben. Ja, die breite Hammer. Das passt. Ja, hier unten fährt der New Holland. Den wir ja gerade. Der ist auch am Bergen. Das ist auch ganz gut so. Damit wir auch hier fertig werden mit unseren Feldern. Einmal hier rum. 80% hat er schon voll. Das ist ganz gut. Hier unten steht der Blitzer, der uns schon wirklich viel Geld abgezockt hat hier. da. Ja. Aber man vergisst das aber auch. Jedes Mal. Also wenn ich da langfahre und ich erzähle euch was. Also da vergesse ich das jedes Mal, dass der ein Blitzer ist. Und jedes Mal bezahlen wir hier. Es sind zwar momentan nur kleine Beträge, aber ich hatte auch schon mal einen richtigen guten Betrag. Ups, hier müssen wir ein bisschen weiter rüber. Ich hatte auch schon mal einen richtigen Betrag, hier geht es schon wieder nicht. Ah ne, ein bisschen voll. Okay. Ja, ich hatte auch schon mal einen richtigen guten Betrag, den ich da bezahlen musste. Und das waren, ich glaube, 3000 und noch irgendwie was. Also, da war natürlich erstmal wieder richtig viel Geld weg. Das war natürlich nicht so schön. Aber deswegen werden wir mal ein bisschen aufpassen bei den ganzen Blitzern hier, die hier auf der Hof Bergmann sind. Ja, hier ist auch schon das ganze Stroh. Können wir dann auch schön einsammeln. Perfekt. Ja, los. Der Käse hat hier zu kämpfen. Ja, würde ich sagen, tanken wir hier das in den Messi Föhrwiesen gleich ab. Und dann kann der hier dann auch gleich weitermachen. Stecken wir mal hier aus und stecken mal hier ein. auf der verkehrten Seite jetzt. Aber das macht ja nichts. Kommen wir mal kurz hier runter. gut. dann soll das der hier erstmal machen und alles überladen hier. Und ich würde sagen, ich mache das dann hier noch alles soweit fertig, damit wir hier dann bei der nächsten Folge hier mit unseren Feldern weitermachen können. Und ja, das wird es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst natürlich auch ein Däumchen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Einschalten und ja, ich bin raus. Tschüss, macht's gut.